Ein Ford Transit Courier steht hier zum Verkauf. Zwei Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Bind Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, elektrischer Seitenspiegel, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 95 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. 1 2 4 5 4 Bis zum nächsten Mal.